So, hallo liebe Freunde des Rechts, es ist Dienstag nach Allerheiligen, Feiertag war hier in Bayern. Ich habe 15 Minuten noch Zeit bis zum nächsten Termin und ich habe ein paar Themen, die ich ganz kurz ansprechen möchte. Ich habe keine Zeit zum Schneiden oder zum Neuaufnehmen, also probieren, was einfach die vier Themen sind. Oferin, alle warten auf eine gerichtliche Erklärung. Ich möchte kurz erklären, warum es sein kann, dass es diese Erklärung, diese gerichtliche Entscheidung, die wir uns wünschen, vielleicht nicht geben wird. Zweitens der Maulwurf bei Hildmann. Die Medien haben berichtet über den Herrn Enderer, Kai, mit dem wir auch schon Kontakt hatten. Das sollten wir uns näher anschauen. Das dritte Thema ist Off-Label-Impfung von unter Zwölfjährigen, ob Ärzte das überhaupt dürfen oder nicht. Und dann das vierte Thema mal wieder Drachenlord und die Verantwortung der Plattformbetreiber. Also fangen wir gleich mal an und betrachten hier das erste Thema Oferahim. Ja, es ist nichts Aktuelles passiert in dieser Woche zu Oferahim. Mal sehen, was jetzt hier sichtbar ist. Okay, ja, da ist die PowerPoint-Präsentation. In welche Ecke setze ich mich? Da vielleicht, da störe ich am wenigsten. Fakt ist, Herr Oferahim ist in die Öffentlichkeit gegangen mit seinem Instagram-Video und heute kommen die Fragen. Muss man das denn überhaupt alles diskutieren? Hätte man das nicht diskreter handhaben können? Insbesondere jetzt, wo die neuen Nachrichten kommen, dass Zweifel an der Version des Vorgangs, wie ihn Herr Oferahim schildert, aufgekommen sind. Und da muss man leider sagen, ja, man hätte das diskret handhaben können, aber nicht, nachdem Herr Oferahim in die Öffentlichkeit gegangen ist. In dem Augenblick ist es geboten und fair, dass natürlich auch die andere Seite genauso öffentlich diskutiert wird. Ja, besser wäre es, man hätte es gleich der Justiz anvertraut oder auf eine diskretere Weise, insbesondere wenn man noch nicht genau weiß, was passiert ist, versucht aufzuklären. Aber man kann jetzt nicht den Medien den Vorwurf machen, dass sie hier die eine oder andere Nachricht aufgegriffen haben. Denn es war Instagram, mit dem die ganze öffentliche Diskussion anfing. Und jetzt sagen viele, das ist ja nur ein privates Gutachten, was das Hotel in Auftrag gegeben hat, wo Zeugen gehört wurden, allerdings auch Aussagen aus den Ermittlungsverfahren ausgetauscht wurden. Jetzt sagen viele, ich weiß jetzt überhaupt nicht, was Sache ist, ich warte mal ab, was bei Gericht dabei rauskommt. Und ich habe mich überlegt, was wird denn bei Gericht rauskommen? Es gibt zwei potenzielle Ergebnisse, die aus den Ermittlungen rauskommen können, nämlich Fall 1, dass sich der Vorwurf von Herrn Ofraim im Wesentlichen nicht bestätigt oder sogar widerlegt wird. Und Fall 2, dass er sich bestätigt. Im Augenblick von der Beweislage sieht mehr nach Fall 1 im Augenblick aus, aber das wissen wir natürlich nicht. In diesem Fall wäre die materielle Rechtslage, dass eine Strafbarkeit von Herrn Ofraim gegeben wäre, vielleicht wegen übler Nachrede, vielleicht sogar Verleumdung, weil er in Bezug auf Herrn W. etwas gesagt hat, was nicht der Wahrheit entspricht oder eben nicht nachweislich wahr ist. Und das ist das Besondere am 186, 187, auch wenn man es nicht beweisen kann, macht man sich strafbar, wenn man etwas verbreitet, eine Tatsache, die geeignet ist, den anderen verächtlich zu machen. Man trägt also das Risiko, dass das, was man sagt, die Wahrheit war. Und das bezieht sich in diesem Fall auf den Herrn W., der zwar namentlich genannt wird, aber der natürlich erkennbar ist für sein Umfeld, weil alle Leute, die dort arbeiten, wissen, wer Herr W. ist und auch die Medien wissen es mittlerweile. Das könnte dann zu einem Prozess führen, wenn es eine Anklage gäbe, aber ich halte tatsächlich diesen Weg für eher unwahrscheinlich, dass es wirklich zu einer solchen Anklage kommt, weil das eine Deliktsart ist, die häufig im Wege eines Strafbefehls oder sogar im Wege einer Einstellung, vielleicht sogar mit Geldauflage behandelt wird, womöglich sogar auf den Privatklageweg verwiesen wird. Insofern habe ich hier in diesem Kasten unten links mal aufgezeigt, was so die Gründe sein können, warum es nicht zu einer Anklage und damit auch nicht zu einer Entscheidung in einem öffentlichen Prozess kommen könnte. Und ich halte das für den wahrscheinlicheren Weg, zumal es denkbar ist, dass Herr W. seinen Strafantrag zurücknimmt, wenn sich die Parteien einigen. Es ist ja durchaus denkbar, dass man sich irgendwann doch mal zusammensetzt und sagt, also das Beste für alle Beteiligten wäre, wenn wir das nicht öffentlich verhandeln, sondern diskret beenden. Und dann werden wir in der Öffentlichkeit überhaupt nicht herausfinden, was da passiert ist, es sei denn, die eine oder andere Partei prescht wieder vor und geht an die Öffentlichkeit damit. Also da könnte es sein, dass die Sache ziemlich diskret beendet wird. Und das ist der Grund, warum möglicherweise wir heute den besten Erkenntnisstand haben, den wir überhaupt insgesamt haben werden. Es ist nicht sicher, es kann sein, dass sich die Staatsanwaltschaft dazu noch äußert, aber eben auch ist es gut möglich, dass es nicht zu einer Anklage kommt. Herr Ofraim kann das natürlich forcieren, zum Beispiel, wenn ein Strafbefehl ergehen sollte und er dagegen Rechtsmittel einlegt, dann kommt es zu einer mündlichen Verhandlung. Aber vielleicht ist das keine so schlaue Idee, wenn ein solcher Strafbefehl ergeht, den nochmal öffentlich zu challengen. Vielleicht ist es dann schlauer, ihn tatsächlich einfach so zu akzeptieren. Dann käme es zu einer Anklage und zu dem, wie in der Mitte erwähnten, momentan aus meiner Sicht eher unwahrscheinlichen Prozess. Im zweiten Fall, wenn sich der Vorwurf von Ofraim bestätigt, dann wäre zu prüfen, die Anzeige von Ofraim gegen den Hotelmitarbeiter. Und aus den Medien konnten wir entnehmen, dass Herr Ofraim wegen falscher Verdächtigung eine Strafanzeige erstattet hat. Darüber hinaus gibt es verschiedene Anzeigen wegen Volksverhetzung. Und da ist jetzt das Besondere, dass nach meiner Auffassung eine Strafbarkeit vermutlich nicht gegeben sein wird. Und das muss man wahrscheinlich näher erklären. Volksverhetzung erzeugt eine Strafbarkeit nicht bei jeder Art von Diskriminierung, selbst wenn sie religiös rassenbezogen ist oder an andere typische Diskriminierungsmerkmale festgesetzt wird. Eine Volksverhetzung liegt nach 130 Absatz 1 Nummer 1 vor, wenn zum Beispiel zu Gewalt oder Willkürmaßnahmen aufgerufen wird. Und nach Ziffer 2 vom 130 StGB liegt sie vor, wenn die Menschenwürde beschädigt, verletzt wird durch eine Äußerung, durch ein böswilliges Beschimpfen. Und diese Verletzung der Menschenwürde geht über eine bloße Beleidigung hinaus. Und die Äußerung, stecken Sie den Stern weg oder stecken Sie die Kette weg, hat vermutlich, da kann man sich jetzt ganz schön empören darüber, aber hat nach der bisherigen Rechtsprechung vermutlich noch nicht die Qualität, um eine Verletzung der Menschenwürde darzustellen. Das heißt, ich glaube, dass die Volksverhetzung eher nicht verfolgt werden würde. Und das Gleiche gilt übrigens auch für den Vorwurf der falschen Verdächtigung. Denn wenn Herr W. in Verteidigung seiner Position, weil er ja auch angegriffen wurde, eine Anzeige wegen Verleumdung oder übler Nachrede erstattet, wird dies typischerweise nicht wegen falscher Verdächtigung verfolgt. So jedenfalls sieht es der Beckscher Online-Kommentar in der Rand Nummer 8, kommentiert durch Professor Valerius. Ich habe es hier in den Rand reingeschrieben. Und so würde es also auch bei der Bestätigung von dem Fall von Ofraim eher nicht zu einem Prozess gegen Herrn W. oder gar das Hotel kommen. Das ist die strafrechtliche Seite. Zivilrechtlich kann sich durchaus etwas anderes ergeben. Und deswegen kann es eben sein, dass wir gar nicht mehr so viel von diesem Thema hören. Zweites Thema. Hildmann, Maulwurf. Ja, der Herr Kai E., wie er bisher genannt wurde, ist jetzt namentlich benannt worden, weil er sich eben auch der Presse gestellt hat. Sogar Hildmann ist in der Reportage von STRG-F, die am Sonntag oder Montag veröffentlicht wurde, aufgetreten. Was wir jetzt also erfahren haben, ist, dass es tatsächlich wohl den Verdacht eines Maulwurfs, eines Informanten gibt aus den eigenen Reihen. Allerdings wissen wir aus der Berichterstattung, dass das nicht erst durch Kai E. bekannt geworden ist, sondern dass das schon vorher aufgefallen ist, weil eben diese eine Systemadministratorin in der vordersten Reihe bei Querdenken-Demonstrationen auftauchte und weil sie, wie man später gesehen hat, bestimmte Akten aufgerufen hatte. Also das wird anscheinend protokolliert und ist dann irgendwann auch aufgefallen. Immerhin ist es aufgefallen. Was ich aber bemerkenswert finde, ist, dass es diese Datenlöcher gibt und dass wir immer wieder erleben, dass unsere Mandanten, die sich zum Beispiel gegen Beleidigungen oder Straftaten wehren, aus einem rechten oder linken Milieu, oft zurückschrecken, ihren Namen zu nennen oder gar ihre Anschrift in die Akte schreiben zu lassen, weil sie Angst haben, dass diese Daten geleakt werden können. Und das nährt natürlich diesen Verdacht, wenn selbst die Berliner Generalstaatsanwaltschaft nicht verhindern kann, dass diese Informationen an Attila Hildmann weitergeben werden. Und da muss man sich überlegen, einerseits, welche Maßnahmen zum Datenschutz gibt es. Da werden Sie sicherlich drüber nachdenken. Aber eine andere Frage ist auch, ob es nicht Alternativen dazu gibt, dass diese Daten gar nicht erst an die Ermittlungsbehörde gegeben werden können, müssen. Uns bieten zwar die Ermittler immer wieder an, dass Datensätze geschwärzt oder gesperrt werden können, Aber unsere Mandanten trauen dem Ganzen nicht. Denn in der Tat, irgendjemand hat die Zugriffsrechte, um dann doch darauf zuzugreifen. Und eine Lösung könnte sein, dass man mit Treuhändern arbeitet. Das könnten Notare zum Beispiel sein, aber auch Rechtsanwälte, die zum Beispiel die Identität des Anzeigenerstatters kennen, darüber Auskunft erteilen. Jetzt muss man natürlich gucken, wie das mit dem Fair-Trial-Grundsatz übereinstimmt, dass natürlich der Verteidiger in der Lage sein muss, einen solchen Zeugen zu überprüfen. Aber da sollten wir darüber nachdenken, ob es dafür Maßnahmenmöglichkeiten gibt. Ich will nicht sagen, dass das der einzige Weg ist, aber ich finde es bedauerlich, dass viele Opfer von Beleidigungen, Bedrohungen oder von anderen Äußerungsdelikten sich nicht trauen, Strafanträge zu stellen oder sogar Strafanzeige zu erstatten. Drittens Thema, Off-Label-Use von Impfungen. Die Amerikaner haben gerade BioNTech zugelassen für die 5- bis 11-Jährigen. In Deutschland ist es beantragt, STIKO hat sich dazu geäußert. Und es gibt einige Ärzte, die haben U12 unter 12 Off-Label geimpft, weil sie sagen, dass die Voraussetzungen für eine solche Off-Label-Impfung gegeben sind. Das ist eine medizinische Einschätzung. Jetzt wurde ich gefragt, wie ist das aus juristischer Sicht? Da haben die Ärzte die Befürchtung, dass sie gegen die Impfverordnung verstoßen beziehungsweise nicht von der Impfverordnung gedeckt sind. Das ist klar, weil die Impfverordnung kennt im Augenblick nur die Impfungen nach der Zulassung. Das heißt also, erst ab 12 ist es dann trotzdem möglich, im Sinne der Behandlungsfreiheit Off-Label zu impfen. Zunächst einmal ist das denkbar. Allerdings bestehen natürlich dort für Ärzte erhöhte Haftungsrisiken, die allerdings durch Haftungsbeschränkungen, Aufklärung und so weiter auch wieder vermindert werden können. Man hat also nicht die Haftungsüberleitung, die die Impfverordnung vorsieht für Impfschäden, sondern es muss also dann zwischen dem Arzt und dem behandelten Kind beziehungsweise deren Eltern geregelt werden, wie das mit dieser Haftung aussieht. Das macht die Sache etwas komplizierter, aber noch viel schwieriger ist die Frage, wem gehört eigentlich der Impfstoff? Darf der Arzt eigentlich den Impfstoff, der ja von der Bundesrepublik Deutschland bezahlt worden ist, dafür einsetzen? Und da kommt es auf die Frage an, wer ist Eigentümer des Impfstoffes? Und von dem, was wir jetzt herausgefunden haben, gibt es keinen Eigentumsvorbehalt zugunsten des Bundes, sondern diese Impfstoffe werden über den Pharmagroßhandel, erst über die Länder, dann über den Pharmagroßhandel und dann über Apotheken an die Praxen geliefert. Und damit wird der Arzteigentümer dieses Impfstoffes, sollte er also einen solchen Impfstoff dann regelwidrig verwenden, begeht er zumindest keine Unterschlagung. Was ansonsten noch in Betracht kommt, sollte man nochmal näher prüfen, aber das ist gerade ein Thema, was wohl Kinderärzte umtreibt. Und dann zum vierten, ich hatte in der letzten Woche ein Video gemacht über den Drachenlord und den Artikel von Sascha Lobo. Da geht es um die Frage, lag eine Notwehrsituation vor ihm? Inzwischen habe ich von Lars Wienand etwas mehr Informationen dazu bekommen, wie genau der Ablauf war aus den Protokollen, die erzeugen im Internet kursieren. Das sah nicht so sehr danach aus, obwohl, ob jetzt in dieser konkreten Situation ein gegenwärtiger Angriff vorlag, der eine Notwehr rechtfertigen würde. Die andere Frage also ist, ob man so eine gesamthafte Notwehrlage hat. Und das kann man für geboten halten. Das hat Sascha Lobo ja in die Diskussion geworfen, aber die Rechtsprechung kennt das nicht. Insofern ist die Entscheidung der Justiz zunächst einmal stringent, dass also eine Notwehrlage nicht gegeben war, die es geboten hatte für den Drachenlord, die Notwehr durch einen Schlag mit der Faust oder der Taschenlampe zu beenden oder jemanden in den Schwitzkasten zu nehmen, der gerade auf dem Weg war, das Grundstück zu verlassen. Ein anderer Aspekt, weil immer wieder gesagt wird, der arme Drachenlord, der muss doch davon leben. Er hat natürlich ein Geschäftsmodell, was darin besteht, möglichst viel Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und da kann man sich die Frage stellen, ob nicht die Plattformbetreiber auch eine Verantwortung dadurch haben, dass sie die Monetarisierung solcher gewalt- und hassschürenden Inhalte auf beiden Seiten schüren. Das ist nur ein Gedankenansatz. Ich will da noch keine Antwort dazu geben, aber ich glaube, es gibt eben drei Beteiligte. Den Mob, der Hater, den Akteur selbst, der das immer wieder weiter befördert und eben auch diejenigen, die das ermöglichen. So, das in 15 Minuten. Die vier Themen ohne Schnitt und ohne Vor- und Nachbereitung. In diesem Sinne, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.